Bist du... Nächsten Folge... Oh nein! Oh nein, meine Sachen! Wie immer bist du so geplant? Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu unserer Folge Minecraft Chats mit dem Peter Debitor. Hallo! AP. Genau. Aber nur in Minecraft, in YouTube nicht. Stimmt. Und? Geil. Ich war in der Hölle und bin, wer den Stream gesehen hat, ich bin wieder... hab meine Sachen da geholt. Wow! Gecheatet hat er die? Nein, nein, nein. Ich bin gestorben. Ich kann auch gar nicht cheaten. Cheaten könnte nur... Ja, das sagst du jetzt. Und Spa könnten, glaub ich, nur cheaten. Das sagt er jetzt. Nicht, dass die cheaten, aber die könnten... Gib mir Redstone, gib mir Redstone, bitte. Ich hab Redstone, ich hab Redstone. Wie viel willst du? Ein Stack hier für dich. Zwei sogar. Zwei. Zwei. Hast du Redstone-Lampen? Ich baue Redstone-Lampen, right. Boah, geil. Weißt du... Weißt du was heute wird, Peter? Ne. Die beste Folge ever! Wow! Okay, ich hab 39 Redstone-Lampen. Könnte das reichen, Heiko. Okay, ich baue ein paar Redstone-Lampen. Ging's doch, weil ich hab grad fast einen Schlaganfall jedes Mal, wenn ich anfange zu reden. Ah, genau. Ich zeig mal kurz, was wir noch gebaut haben. Und zwar, wir haben ja letzte Folge angefangen das zu bauen, aber nicht fertiggestellt. Und der Heiko hat unseren... Ah ja, zeig mal die Dias, bitte. Boah, ja, ich zeig Dias. Tadaaa! Wow! Okay, müsst ihr aber Heiko gucken. Das Ding hat das gefarmt. Also die Spitzhacke. Nicht der Mensch, der sie gerade zeigt. Tadaaa! Das war nämlich ich kurz vorm Stream. Und Heiko hat diesen Fascher hier gebaut, den ich dummerweise auch runternimm. Boah! Und wir haben diesen Mobfarm hier gebaut. Die ist echt krass. Da fallen die Leute runter. Hi! Und da kriegen wir aber auch viel zu viel Kram auf jeden Fall. Achtet mal auf die Level, bitte. Achtet mal auf die Level. Und jetzt achtet mal nochmal auf die Level. Zack. Auf der anderen Seite auch nochmal offen. Ey, hier ist ein Zombie. Das ist nicht so gedacht. Ist ein bisschen dunkel hier wahrscheinlich, ne? Wo sind die Dias, die hier unten drin waren? Hier kann man jetzt zaubern, reparieren. Oh, Zombie! Vielleicht hab ich die kaputt gemacht. Kaputt gemacht, vor allen Dingen. Ja, komm, wir müssen uns jetzt beeilen, Peter, beeilen. Level. Acht Level geholt. Okay, wir gehen wieder hoch. Ah genau, hier ist der Fascher. Also ich hab ein paar Repeaterchen. Ich hab ein bisschen Redstone, Madstone. Dann nehm ich einfach noch ein bisschen Holz mit und dann sind wir ready, oder? Ja! Hast du Redstone Lampen? Ich hab Redstone Lampen. Ich komm in die Landebahn. Guck mal, wir haben sogar einen Weg zur Landebahn. Wir haben richtig stylig. Stylig. Richtig stylig haben wir das hier. Ähm. Sollen wir das Signal wechselbar machen? Je nachdem, wenn du landest von vorne nach hinten und wenn du startest von... Nein. Okay, brauch ich noch fragen. Aber das muss im Boden oder so, ne? Ja, ja genau. Ich überleg nur gerade in welcher Entfernung. Hier so am Rand so? Hier ist auch so zwei, drei Blöcke Entfernung gesagt. Hier so? Zwei, oder? Ja, ja, das find ich gut. Fangen wir hier an. Das gefällt mir. Und dann immer an den... Ne, an den Säulen auf jeden Fall und dann zwischendrin noch ein oder zweimal. An den Säulen? Ne, nur an den Säulen, das ist gut. Nur an den Säulen? Ja, ich glaube, dass das reicht, wenn du mal so die Länge guckst und und... Vielleicht auch zwischendrin. Okay. Dann buddel ich schon mal auf. Und ich mach schon mal ein paar Lampen. Ja. Guck mal, deine Pickles geht viel schneller. Ich hab meine ja... Ach Mist, die ist oben in der Supertruhe, ne? Kann sein, dass ich meinen Schwert Donner hab. Die Soup. Hä? Wo gehst du hin? Hä? Hey! Gott, nein! Warum hast du das gemacht? Nur weil ich gesagt, kann sein, dass ich meinen Schnell Donner hab und deswegen willst du das holen. Ja. Das ist aber hier draußen in der Kiste. Oh, hab! Ah! Mist! Ja, da war's drin. Und? Cool. Krieg ich das wieder. Und? Krieg ich das wieder? Bitte? Aber das war eh halb kaputt, ne? Ne. Ach, das war aber gar nicht das Kudel. Ach stimmt. Ich wollte das Rückstoßschwert haben. Ach ne, gar nicht. Das ist das Feueraspektschwert. Das ist... Gibt Schläge und du brennst, wird nämlich Ärgerst. Ja, aber ich wollte ja das... Boah! Hier sind ja schon Lampen. Bo, bo, bo. Ja, wir müssen da drunter auch noch eine Reihe machen, oder nicht? Dieter, da ist ein Creeper. Kannst du den töten? Ich hab kein Schwert. Doch, doch. Hab ich wohl, aber... Bitte, 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 bitte. Ja. Bitte, 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 bitte. Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot oder ist er tot? Ne, ich brauch noch ein bisschen. Der ist ganz weit weg. Aber warum sind denn hier so... Weißt du, was ich auch blöd finde? Oder was ich schade finde eigentlich? Müsste man mal vorschlagen. Ja. Und zwar, dass man eventuell sowas reinbaut wie eine Megatorche oder so. Ja, warum? Du kannst doch ausleuchten. Du kannst doch einfach 500 Blöcke in der Hölle laufen und dann noch ein Portal. Was ist denn los mit dir? Ja, aber das Ausleuchten sieht super doof aus, finde ich. Also auch generell. Oder dass man Flutlichter hat oder sowas. Auf jeden Fall, ähm... Loll, hast du meinen Supergang kaputt gemacht? Du hast eine super geile... Ja, klar hab ich den kaputt gemacht. Warum? Das war die Abkürzung 1-0. Einfach blum. Ne. Wo ging der überhaupt hin? Ja, von oben in der Luke nach hier runter. Ah ja, genau. Da geht der jetzt eh nicht mehr. Ja. Ja, jetzt nicht mehr, aber davor gehen das ja nicht mehr. Ja, aber geht der jetzt nicht mehr. Jetzt kommt doch ne... Verkabelung da rein. Okay. Ja, ich weiß ja nicht, wie wir das jetzt hier bauen, ne? Ah, da war Cole. Warte mal. Jetzt kommt Red zum Profi Crafter. Am Start. Red zum Profi Crafter. Achso, pass auf. Genau. Guck mal, ich red schon wie ne Robotkind, ne? Pass auf. Wo gehst du, Pommes? Okay, geht, 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 geht. Und wenn ich jetzt hier Red zum mach. Boah. Leuchtet. Vor allen Dingen, da müssen wir ja gar nicht zu viele, äh, zu viele, nicht so viele haben, ne? Ah. Oh. Hier war ein Loch an der Klippe runter. Alles gut, oder wat? Ja, war halt kurz spannend. Ich hör irgendwie ne Spinne, wollt ich grad sagen. Ah, Brenne! Das war mein Bauch. Oh, ich hör auch ganz viele Spinnen hinter der Wand. Wenn jetzt hier wieder runter geht, ne? Boah, ja, da werden jetzt so viele Monster unten, ne? X. Ja. Stimmt. Übrigens, von innen die Mobfarm auch nochmal richtig krass aussehen. Ich hab noch ne Ebene reingebaut und die Spülung ist der Wahnsinn jetzt. So, ich hoffe mal, das funktioniert so, wie ich das im Kopf hab, ne? Glaubste? Bin sehr gespannt. Warte. Ah, das geht auf jeden Fall schon mal nicht. Oder? Ne, geht nicht. Warum rennt denn da jetzt wieder ein Zombie rum? Also wir müssen echt mal an unserer Ausleuchtung arbeiten. Ja. Glaub ich auch. Klick, 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 klick. Ich mach das mal drei breit, Peter. Ne, geht nicht. Ich mach's vier breit, okay? Äh, achso, du baust grad die Glocke oder was? Ich baue die Glocke. Du baust die Glocke. Nice. Da, 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 da. Also ich mach jetzt erstmal hier zwischen und dann gucken wir mal, wie viel wir überhaben. Über, überhaben? Jetzt ist hier genau in meinem Sichtfeld ein Creeper gespawnt. Jetzt war ganz im Ernst. Ne. Also wir müssen hier echt jetzt mal gucken. Also was denen einfällt manchmal, ne? Das ist echt krass. Die werden immer dreister. Immer dreister. Warte mal. Vielleicht kriegen wir auch so ein geiles Schema hier. Geht das nicht? Ah, ne, ne, ich hab mich noch verbaut. Okay. Äh, ich könnte theoretisch noch eine Lampenreihe machen. Also nicht noch eine Lampenreihe, sondern noch eine Lampe in der Mitte setzen. Eine Mitte? Achso. Ja, gucken wir mal, ne? Können wir nicht, gibt keine Mitte. Äh. Dann lassen wir das an den Säulen. Ist auch, glaub ich, gut. Jetzt wollte ich gerade fliegen, Alter. Immer noch zu schnell. Ich glaub ich hatte das auch mal gebaut bei, ähm, jetzt kommt's, äh, 2012. Bei meinem Single LP. Ja. Boah, das weiß ich noch mit Pilsmeet, wo du da hingegangen bist, ne? Zu deiner Bay, äh, Ding. Ne? Doch, das stimmt, das stimmt, das stimmt, ne? Ende, Ende, Ende war das. Was? Ja, ich hatte immer mal ne Landebahn, jetzt ist die Wolle hier weg. Warum? Ja, Creeper. Ne, ich meinte nicht die Landebahn, ich meinte so ein blinkendes 500er Schild oder so. Achso, das? Ja, vielleicht hast du dir das nur gewünscht. Aber, das war vielleicht nicht drin. Ne, sowas hast du gemacht. Hab ich? Oder so ein, so ein Pfeil oder so, wo es dann zum End ging. Ach, das hast du gemacht. Ja, so ein Pfeil, das stimmt, ein Pfeil hatte ich. Im Dschungel, beim Baumhaus. Ich glaub, das stand sogar, äh, Wend dran, meine ich. Ja. Geil, eine Fackel, Alter, eine Fackel. So, komm mal, jetzt können wir das hier richtig hart verbinden miteinander. Ich muss jetzt erstmal hart ein paar Lampen machen, weil mir das da unten tierisch auf die Nüsse geht, warte. Hm, 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 das wird Wunderbärchen. Komm runter. Warte, geht der Geheimgang? Bin ich dann direkt wieder hier, wo wir hin müssen? Ja, klar. Boah, sauber, ey. Spinnenangriff. Sauber. Habe ich den Enderman angeguckt? Guck mal, wie fortschrittlich wir sind, ne? Wir haben so einen Minecart-Aufzug, wir haben Redstone-Lampen, um eine Bahn zu bepowern. Wir sind Vanilla-Profis. Das stimmt. Wir sind eigentlich nur noch eine Iron-Golem-Farm. Boah, für Eisen, Alter, das wär krass. Das find ich dich geilo, Milo. So. Okay, mach mal einfach so. Guck, 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 guck. Na schade, da hätt ich gerne nochmal eine ungerade Zahl. Boah. Sorry. Was ist eigentlich los mit dir in letzter Zeit? Ja, da ist gar kein Creeper, ich war halt so voll konzentriert am Bauen und dann auf einmal sehe ich so was Grünes vor mir und dachte so, na warte, was ist das? Und dann fängt das an zu zischen. Ja. Dann fängt das auf einmal, fängt dieses Grüne etwas an zu zischen. Oh, guck mal, die Lampen sind aber schon schnell jetzt, ne? Ist egal, wir fliegen auch schnell. Ich hab halt nur so die Füße davon gesehen, weißt du? Vom Creeper? Ja. Ah, die sind immer krass. War das nicht mal ein verzerrtes Schwein oder so? Also war irgendwas komisches, glaub ich. Meinst du, weil ich so laut geschrien hab oder so viel? Ja, so kraftvoll. Achso. Ich bin halt nicht mehr Kind. Oh. Der Enderman guckt mich an. Soll ich lieber so ein... Ja. Rein? Mindestens. Oh. Jetzt brauche ich aber wieder... Oh nein. Pitta? Ja? Hast du ein bisschen Cleanstone dabei? Leider nicht, aber kann ich da mal holen, Alter. Ja, mach mal. Das wäre geil. Wir können jetzt auch einfach direkt Repeater bauen. Könnte ich auch. Ein bisschen holen geht auch. Ich überlege grad, wie viele Fackeln wir brauchen. 2 pro Repeater. Ich kann ja auch gleich sagen, wie viele Repeater wir noch brauchen. Ah, bestimmt viele, ne? Haben wir eine Red Zone oben? Wir wollen 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 Repeater bauen wir. 5, ich geh schon. 5? Okay. Du kannst schon mal zu, Andi, du hast auch kein Cleanstone, ne? Ne, leider nicht. Aber was ich gerade mache, ist auch wichtig. Und zwar leuchte ich mal diese wunderschöne Landebahn weiter aus. Ja. Klingt jetzt nicht so spannend, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben gleich so ein Redstone-Ding, was so... Ja, aber es wird nicht reichen, leider. Ne, ne, aber es sieht cool aus. Das auf jeden Fall. Guck mal, leuchte... Warum? Damit hier mal eine gleichmäßige Ausleuchtung ist und es auch gleichmäßig aussieht. Ich finde die Fackeln aber nicht so schön. Mag ich nicht. Oder Endire, Painting Machine. Oh, bohr geil. Oh, bohr geil. Oh, bohr geil wird das. Jung. Zack, zack. Jetzt aber. Und da-ding. Und das war Chicken Handschuh am Start. Fun-fun-fun-turniert. Das hat sich so gelohnt, das Ding, ne? Ja, der hast du schon letztes Projekt gebaut, ne? Hier, dann baue ich ein Mercedes-Projekt. Das ist gut. Echt eine richtig gute Investition. Wir pimpen übrigens immer noch die Mod-Packs. Im Rahmen der Möglichkeiten. Das ist wie der Chicken Handschuh. Der ist obergeil. Zack. So, warte. Aber noch nicht gucken, okay? Wie noch nicht gucken? Ich gucke doch schon die ganze Zeit hier. Wenn ihr noch nicht gucken. Aber ich glaube, wir sollten die ganzen Facken wegmachen, Peter. Nein. Also nur einmal, damit wir gucken können, wie das dann aussehen würde, weißt du? Ja, weißt du, wie das aussieht? Ja, cool. Ja, leuchtet einmal hin und her. Dann sind da ganz viele Monster hinten. Dann leuchtet wieder hin und her. Dann sind da noch mehr Monster. Ja, aber... Peter, wir finden ein bisschen Stein. Aber nur ein bisschen. 1, 2, 1, 2 und zack. Leuchtet. Manchmal traurig. Riecht der jetzt schon? Ja, ne? Und die Redstone-Clock ist vorne unten drunter, sagst du? Ja. Also wir könnten es natürlich so machen, dass die Lampen langsamer hintereinander angehen. Aber dann bräuchten wir sehr viel mehr Repeater, ne? Sehr viel mehr. Sehr viel mehr. Ja, wir gucken mal. Aber ich glaube, an einem Flughafen geht es, glaube ich, auch schnell. Die Landebahn-Markierung. Hast du noch Cleanstone? Ich habe gerade welchen geholt, ja. Kannst du Wolle mitbringen? Nee, ich bin da. Okay, war nur eine Frage. So. Ich denke mal, ich laufe. Also es kommt mir immer so vor, als ob ich nur laufen würde. Geh mal hier hoch. Ja, das ist, weil du 1-10 gewöhnt bist. Und es da mit dem Essen nicht so krass ist wie in 1-10. Nee, das ist, weil ich Time spiele und dort eine geile Speedhose anhabe. Ah. Okay. Ich glaube, das könnte damit zu tun haben. Wir haben nur eins an den Redstone-Lampen. Wir können theoretisch noch einen Turm machen oder einen Tower oder sowas. Wo sind die hier fackeln? Gehören die hier hin? Wo? Hier sind welche sehr außerhalb der Reihe. Nee, dann gehören die nicht da hin. Ah, jetzt bin ich hier. Ja, lol. Ähm. Hier, wir sind fertig, übrigens. Oh Mist, jetzt habe ich doch Wolle vorgesst. Ah, warte, ich habe Strings. Gehe hoch, um Wolle zu holen und bringe nur Cleanstone mit. GG, aber ich habe Strings im Inventar. Geschafft! Habe ich F7 an? Ey, die hier sollten schon bleiben. Ah, jetzt habe ich F7 an. Okay. Ja, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Prump. Und? Oh nein, die sind ja versetzt. Prump, prump. Wie meinst du versetzt? Warte, eben noch richtig machen und dann haben wir es hier. Kannst du die eine Reihe fackeln, weg machen? Welche? Die innere? Jo. Okay. Da sehe ich mich wieder, da sehe ich mich. Ich glaube, dann guck mal, guck mal, zack, und fertig. Nein, 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 nein. Steht wieder, steht wieder, steht wieder, alles gut. Guck mal, jetzt haben wir eine vernünftig ausgeleuchtete Landebahn. Sieht auch super geil aus in der Karte. Mit einer automatischen Beleuchtung. Warte. Ja, geilo. Ja, toll. Das gefällt mir. Ja, Heiko hat angefangen, deswegen darf Heiko auch aufhören. Das war es nämlich so weit vom Minecraft-Chat. Wenn es gefallen hat, dann lassen wir Wert nur da. Lass mich auf diesem Turm hier stehen, wenn ihr das haben wollt. Und, wisst du, Oh nein, Oh nein, Oh nein, meine Sachen. Wie immer bist du so geplatzt. Ich war nicht viel Affair, wie immer. Glaube ich. Oder du hast viel Schaden gemacht. Ah ja, und du bist schon Sex-Damage. Oh. Oh, da siehst du mal. Krass der Bremse. Ich würde dich eigentlich nur da runter boxen. Oh, scheiße. Tschüss. Tschüss. Tschüss.